So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Das ist ein Spiel, das ich schon länger mal als Let's Play machen wollte oder eben halt als Stream rausbringen wollte. Jetzt mal als Let's Play. Stranded Dead. Das Spiel habe ich schon ein bisschen länger eine Weile. Ähm. Aber ich habe es nie rausgebracht. Ich habe es angespielt, nie zu Ende gespielt. Jahre schon tatsächlich. Aufnahme starten. So. Also ihr Schnuckelpützchen da draußen. Ähm. Was Dummes passiert. Ich habe immer dann irgendwie aufgenommen, wenn ich nicht aufnehmen wollte. Und immer dann, äh, nicht aufgenommen, wenn ich aufnehmen wollte. Das ist natürlich echt scheiße, weil ich natürlich mit mein, mit mein, hier Keypad, hätte ich mal gesagt, mit mein, na. Sollen wir schnell. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Wow. Und wie trinke ich jetzt Wasser? Nach dem ersten Tag stirbt man nicht. Also man kann ein bisschen länger überleben, laut Drehbuch. Also, ähm. Ähm. I hold F to Survival Watch. Und da steht, wir brauchen Wasser. Okay, da können wir die, ähm, Uhr umschalten. Kill a Crap. Also unsere Survival Watch sagt, wir brauchen Wasser. Ach, scheiße. Also eine ganze Folge dreht sich darum, dass sie Shit zusammengesammelt haben. Und, ähm, dann irgendwann mal dazu gekommen bin, Wasser herzustellen. Wasser herzustellen? Wasser herzustellen. Wasser. Mein Gott. Ich meine natürlich, ein Feuer herzustellen. Ja, und jetzt soll ich Krabben töten, die nachts wahrscheinlich gar nicht aktiv sind, oder? Komm raus, crappy, crappy. Was habe ich denn davon jetzt, Krabben zu killen? Weil ich doch Durst habe. Ich verstehe das nicht so ganz. Wird sich aber bestimmt irgendwann mal klären. Ach, das ist ärgerlich, Leute. Also eigentlich habt ihr jetzt quasi mein Intro. Quasi vom, vom ersten, von der ersten Folge. Und das Spiel ist quasi schon die zweite Folge. Es ist natürlich echt ärgerlich, ne? Was soll man dagegen machen? Aber es war natürlich eine Folge mit sehr vielen Fragen, wo ich auch ein bisschen langsamer unterwegs war. Ebenso wie jetzt, dass ich hier keine Krabben finden kann. Und ich frage mich, wann wird das Tag? Alter, willst du mich verarschen? Hat er das meinen Motor hier reingeholt? Ich dachte schon. Ähm, da, 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 da. Ich habe eine Kokosnuss. Alter, komm mal, nennt man das. Ist das Land? Ja, das Land, ne? Es wäre tags jetzt, tatsächlich. Das sieht aber gut aus. Das sieht gut gemacht aus. Das ist hübsch. Das ist wirklich hübsch. Finde ich, also. Okay, jetzt sind aber Krabben auf Starten. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich wieder verbrenne. Sonnenbrandtechnisch. Dankeschön. Hier liefen vorhin so viele Krabben. Guck mal, hier ist wieder Treibgut angeschwemmt worden. Geil. Da habe ich mir gerade in die Hosentasche gepackt. Die sind ein bisschen größer bei mir. Aloe Vera ist nachgewachsen. Na komm. Geil. So. Es wäre tags. So, was haben wir jetzt hier? Können wir diese Aloe Vera pflanzen? Das ist okay. Okay. Oh. Okay. Sonnenblocker oder sowas in der Art, ne? Finden wir raus. Wir brauchen das Tutorial dafür. Jetzt brauchen wir aber als allererstes eine Hummerkrabbe. Wollen wir mal schwimmen? Die Möwe. Eine Sardine. Wie mache ich denn? Ja, die kriege ich natürlich so nicht. Oh, guck mal, Nemo. Findet Nemo. Ich habe ihn. Oh, hier die Sardinen, Alter. Ich will die essen. Kommt raus. Und lasst euch von mir verspeisen. Mich dürstet's. Das ist ja hübsch, ne? Und der Wasserwelt haben sie aber schön gemacht. Aber müssen sie auch. Wenn das irgendwie so Fluch der Karibik mäßig hier am Start ist, dann muss das auch irgendwie... Da. Hä? Was wie was, hä? Hätte mich beinahe... Das hätte ich ja gerne gesehen. Ach, guck mal hier. Die ist tot. Was? Oh, kann ich hier was aus dem Wind herausschmeißen? Sag mal. Kneifen die mich gerade die Krabben, oder was ist das los? Warte mal. Warte mal. So, halt mal fest. Ey. Ausrüsten. Ach so, hä? Ne, wieso rüstest du dich denn da nicht aus damit? Kann ich hier was rausschmeißen aus dem Wind? Pass auf, wir müssen aber was wegschmeißen, ja. Ich werde es vorher mal ausmachen. Ähm. So. Und ich würde gerne die mit dem Dings irgendwas machen. Womit habe ich die jetzt getötet, die Krabben? Mit einem Tool oder was? Auch heftig von mir. Wie soll ich mir das denn jetzt vorstellen? Kann ich, da habe ich so ein Kombimenü oder sowas in der Richtung? Wo ist mein Messer? Aber wie man... Ach so, warte mal eben. Vielleicht mache ich das doch anders. Warte mal eben. So. Und dann lassen wir das mal fallen. Dann nehme ich mal ein Messer in die Hand. Ah, okay, steht doch drauf, mein Gott. Und nun haben wir das Fleisch. So, das machen wir mit den anderen Krabben auch. Hey. Kann ich die jetzt nicht in die Hand nehmen? Was soll der Blitze nennen? Ich brauche nur eine Krabbe. Ich soll das jetzt braten. Natürlich habe ich auch gerade meine Campfire wieder ausgemacht. Ja, ich bin versteckt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Böschung so riesengroß ist hier. Wo ist mein Campfire jetzt? Da. Da sieht man, wie oft das jetzt schon benutzt worden ist. So. Komm schon. Hä, willst du mich verarschen jetzt oder was? Wieso kann ich das jetzt nicht benutzen? Was soll der Schrott? Das ist Medizin, Aloe Vera. So, komm. Ich will auch mal rausfinden, wie man das denn benutzt. Wie man die Sachen dann wirklich dann auch... Ich habe einen Tag survived. Das ist schon mal super cool. Wir müssen das hier mal anmachen. Okay, los geht's. Also, was wir daraus gelernt haben, dass... Wenn das Menü zu voll ist, kannst du nichts mehr in die Hand nehmen. Du musst irgendwas nehmen, was du wegschmeißen kannst tatsächlich. Und dann kannst du auch dann weiter agieren. Was ich sehr cool finde. Also, nicht unbedingt, dass das hier super cool ist. Aber ich brauche so Fittchen ziemlich stark, oder? Ich weiß nicht. So, haben wir das Kappenfleisch bitte. Und... Hold to attack. Warte mal. Drop Q and Dings. Right mouse. Okay, warte mal. Hä? Was war das denn jetzt? Ist das jetzt da drin, ne? Mein Fleisch? Wo ist mein Fleisch? Hä? Da. Small Meat. Hä? Würdest du mich verarschen jetzt, oder was? Wo ist mein Small Meat? Da. Ich hab das gerne gegessen. Wie esse ich denn? Oh mein Gott. Das ist ja in der kurzen Zeit nicht mal durchgeschmort, ne? Hier steht irgendwas mit... Jetzt ist es ganz weg. Muss man Meat? 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 Das ist aber schade. Ich will das jetzt zum Essen da. Ich halte nichts von Verschwendung. Da. Wie kann ich das denn essen? Oh. 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 Okay. So, ich denke mal, meine Kokosnuss öffne ich, indem ich die fallen lasse. Halt! Räu nicht weg, du. Scheiß Kokosnuss. Mal ein Messer nehmen. Jeeey. Nice. Hä? Du solltest es trinken. Wahrscheinlich habe ich es zu weit vorgeprescht. Guck mal, der ist noch ein Kämpfer von mir. Vielleicht hätte ich mal Noah. Einmal aufmachen sollen. Scheiß Deck. Na dann nochmal. Müssen wir gucken, dass wir noch eine Kokosnuss wenden. Derzeit können wir das Kämpfer ja mal wieder ausmachen. Hier ist nichts. Die Affenbande sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss. Werd die Kokosnuss geklaut. Werd die Kokosnuss. Werd die Kokosnuss. Werd die Kokosnuss geklaut. Oh, komm. Und es ist jetzt offen. Also, dass ich jetzt trinken könnte. Wow. Und jetzt kann ich die nochmal vielleicht aufknacken. Werd mal. Craft a shelter to save your progress. Okay. Ja, aber, ähm. Warte mal. Okay, hoffentlich kann ich mir das noch alles weg. Das Problem ist mit dem Feuer. Das habe ich nicht gecheckt. Geil. Es ist geil. Es macht mega Laune, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, ob das mit den Krabben grillen, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das muss ich nochmal irgendwie rausfinden. Aber jetzt haben wir erstmal gegessen. Und, ähm. Das ist cool. Und getrunken. Das ist super cool. Was sagt unser, unser. Wir sollten noch mehr trinken. Was ist hier hinter diesem Busch, dass ich da nicht vorbeikomme? Da. So, noch jede Menge Kokosnuss. Eine Insel voll Kokosnuss. Oh, wir laufen. Was für kelle Pärme? Oder komme ich da so ran? Hey, das ist cool. Lauf nicht weg. Ich will nicht essen. So, du hörst mir. Hä? Da. Da jetzt. Mega. Oh, das mundet mir aber sehr gut. So, haben wir kurz fallen lassen. Nochmal klein hacken und dann habe ich wieder was zu essen. Geil. So. Hip. Hey. So, wir sollen uns ein, ein Shelter bauen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen dafür einmal solche Schlinge, vier solche Blätter und drei Sticks. Das reicht? Also, drei Sticks, vier solche Dingens. Okay. Nein, nein, nein. Verkehrt ein Knopf. So. Wie viele Sticks habe ich jetzt am Start eigentlich mal so gefragt? Hier. Hallo, das Stick. Äh. Was ist das denn? Da ist kein Bild drauf. Hört das so? Egal. Wir haben ein Stick am Start. Ein Stick. Und hier könnten wir doch eigentlich... Warte mal. Geil. Wie dumm, dass ich das jetzt gerade noch in der Hand halte, einfach, ne? So, warte mal was. Können wir noch mal machen? Wow, wir könnten uns sowas hier nochmal so eine Axt bauen. Und das ist natürlich richtig nice. Das ist ja mal so richtig nice, Leute. So. Ähm. Das wäre natürlich sehr schlecht, wenn wir uns die Kokospalme abhacken würden. Weil die benötigen wir ja noch. Wie viele Sticks sind denn da rumgekommen? Zwei Sticks oder was? Ist das euer Ernst? Das sind Jukas. So. Jetzt sollte ich auch schon genügend Sticks haben. Okay. Und, ähm... Wie viele haben wir da jetzt mal wirklich? Mal gucken. Vier Stück tatsächlich. Echt vier Stück. Mhm. Klasse. Oh, warte mal. So, nehmen wir nochmal mit. So. Jetzt brauchen wir... Was war das noch? Dieser Fahne, ne? Den brauchten wir noch, ne? Dafür nehmen wir nochmal... Wo ist denn mein... Mein... Mein Tool? Naja. Brauchten wir Palmblätter jetzt? Oder was war das jetzt? Warte mal. Hä? Moment mal. Ich hab das doch. Vielmal Palmblätter. Und ich hab doch... Ich hab doch jetzt hier so ein Dings. Hier so eine Schlinge. Ne, hab ich nicht. Wieso hab ich die denn nicht? Hey, warum hab ich das denn ausgerüstet? Ah, cool down. Ganz kurz. Schattenabhängen. Ähm. Ich war der Ansicht, ich hab... Ich hab doch ein Dings gehabt. Oder hab ich die abgeworfen. Das sind meine... Blätter. Warte mal. Ich mach mal die Juckers hier mal ganz kurz. Die tue ich mal bitte bei mir ins Lager einmal rein. Wenn man... Oh ja. Vielleicht nicht... Hier ran festhängen. So. Ähm. Ja. Schon wieder, Leute. Ernsthaft? Wie oft denn noch? Bin grad am Denken. Ihr könnt mich nicht beim Denken stören jetzt einfach. Oder ich brauch nochmal, glaub ich, so ein Tool gleich. Das sind Juckers. Ich will keinen Juckers haben. Da. Na komm, nimm mit. Nimm mit. Nimm mit. Nimm mit, kleiner. Nimm mit. Nimm mit, kleiner. Nucken. Ich denk mal, wenn ich hier so eine Palme mal wegköpfen würde, ne? Aber da sind Dings dran. Den nehm ich mal kurz vorhin noch mit. Warte. Genau. Eine Insel voll Kokosnüsse. Ich wollte gefragt, passiert jetzt was? Kann ich hier diese Blätter absäbeln? Also nochmal weiter zickknübeln oder was? Hä? Cool. Dass man sich da alles mitschleppen kann. Aber die Blätter hätte ich überhaupt gerne mal mitgenommen, ne? Oh, natürlich voll. Ei, 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 ei. Naja, ist ja auch logisch, ne? Wenn ich mal ein Ding mal durch die Gegend zu schleppen, ist natürlich auch heavy, ne? So. Okay. Aber. Wieso zeigt er mich nicht? Ach, davon brauch ich. Lass uns mal erstmal was trinken. So. Wie gut. So. Zack, mir doch mal, ne? Alles mitgenommen? Äh, nee, warum denn auch, ne? Hä? Nimm doch einfach mit jetzt, Mädchen. Genau. So, klasse. Oh, da war noch eine Palme links Kokosnuss drauf, Mann. Die müssen wir mitnehmen. Scheiße, ich bin wieder kackt voll, ey. Was ist denn eigentlich mit Kokosnüssen? Nicht essen einfach, ne? Keine Sorge. Wollen wir auch essen? Ich kann hier gerade nichts in die Hand nehmen, ne? Wie verarschen gerade das? Achso, ich habe auch acht Stücke dabei. Es wird wieder nachts, glaube ich. Warte mal. Ich lege mal ganz kurz meine Axt hier hin. Und schmeiße meine Stickies jetzt einfach mal alle hier hin. So, wo ist meine Axt? Ist natürlich verschwunden aufgefunden, ne? Musst ihr jetzt? Fuck you. Meine Axt ist weg. So ein Scheiß. Ach, hier ist mein Feuer. Scheiß direkt, ne? Mit der Axt. Wo ist denn hin jetzt, ey? Das kann doch nicht wahr sein. So viel Scheiße am Start. Ich weiß es eigentlich, ich habe mir vorgestellt. Eigentlich habe ich mir vorgestellt, dass ich Steine. Dass ich da. Dass ich das vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte. Wo ist die denn jetzt hin? Achso, in der Hand. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, guck doch genau hin jetzt. Ja. Hier, da. Nimm mit. Nimm mit. Kann ich nicht mitnehmen? Nur mit Messer wahrscheinlich abschneiden, ne? Das ist noch ein bisschen üben, ne? Ja, ey, ey, ey. Nicht wegnehmen. Genau. Sehr gut. Das stocken wir auch noch mit hier von der Palme. Kommt, nimm mit. Ne, müssen wir jetzt erst mal zerhacken, ne? Okay. Denn wer weiß, wofür es noch gut sein wird. Wow. Das nenne ich jetzt mal richtig dunkel. Ich sehe nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wo mein Campfire ist. Das ist natürlich schlecht. Ich wollte einmal ganz kurz Licht anmachen. Hätte ich mir vielleicht früher anmachen sollen, ne? Da. Uh, cool. Ah, wir haben Feuer gemacht. Jetzt will ich mal zu meinem Krebsfleisch mal zurück. Weil. Ich möchte gerne das Essen. Achso. So. Hä? So, das ist ein Schmerz. Wie lange dauert das, bis es durch ist? Steht da was drauf? Ja, schon wieder Water. Okay, und los geht's. Nochmal durchschmelzen das Ganze. Das ist eine feine Sache, ne? So, ich muss mal ganz kurz was trinken. Eine Water. Ich denke mal, das sollte fertig sein, ne? Das haben wir jetzt genug. Und jetzt erst mal ein paar Kokosnüsse. Sehr gut. Was ist denn das Ding drauf? Ne Palme? Ne, ne Palme. Ich meine natürlich keine Palme, ich meine Kokosnuss. Was fliegt da denn rum? Hm. Muss ich nicht mit Messer machen, wollte ich grad sagen. Sehr cool. Ist ja noch eine Kokosnuss gewesen. Klasse. Ich hab mir eh grad was gehabt. Na komm. Irgendwann brauchen wir dieses Holz. Das wird das, ähm... Fühle ich gar nicht mal so schlecht, das mal so aufzubewahren. Hä? Wo lauf ich denn jetzt hin, ne? Die Musik ist sehr idyllisch, muss ich allerdings sagen. So fühlt sich das alleine sein nicht so alleine an. Ob man da nicht irgendwie mal ein bisschen Matsch am Paddeln kriegen kann. Irgendwie wenn man so die ganze Zeit nur alleine ist. Hast Dschungelcamp, ne? Ich bin mir sicher, ich hätte bestimmt auch zwei aufnehmen können. So wie bei The Forest. Und weg geht gut. So. Jetzt. Meine Lieben. Ähm... Ja, was brauchen wir immer noch? Wow. Wir haben gar nicht so viel dabei gerade, ne? Ähm... Wir brauchen dreimal Dingenskirchen. Viermal davon. Und wir haben... Hä? Hä? Wieso haben wir nicht? Ich dachte wir hätten... Ne, das ist es ja auch nicht, ne? Aber kann ich nicht hier einfach wildlos bisschen abschnippeln, ne? Ich meine wir wollen den Scheiß ja auch speichern, den wir gerade hier machen. vorher können wir nicht ausmachen, ohne dieses Ding. Und der Schlupf nennt sich dieses Ding. Wir hätten jetzt auch noch eine andere Insel. Da könnten wir auch mal gucken gehen. Aber... Wieso kann ich mir die Blätter hier nicht abschnipseln? Ich verstehe es nicht. Wir laufen fünf um die Insel in der Hoffnung, es wird alles besser. Na komm. Nehmen wir mal so eine Palm ab. Aber... Liegt das denn an den Palmen? Nein. Das ist nicht die Palmenblätter, die wir brauchen, oder? Und das ist Yucca, oder? Die Yuccas brauchen wir auch nicht. Nein, nein, nein. Wir brauchen keine Yuccas. Das ist auch Blödsinn. Hm. Ich laufe fünfmal um die Insel, denn weiß ich Bescheid, was ich machen muss. Oder wie wir vorgehen werden. Können wir unsere Kalorien, die wir gerade beim... beim Kokosnuss-Essen verdient haben, können wir alle abbauen, dann... So. Ich muss mir überlegen. Ich bin noch nicht so fit in dem Spiel. Na komm. Geh ab jetzt. Genau. So. Und... Messer. Das dauert immer noch so ein Beten. Wird da wirklich die Axt nicht besser? Ali... Oh mein Gott. Ich bin nicht... Also manchmal sollte man auch lesen, oder? Hmhmhm. Ich frag mich, was macht ihr denn damit? Und vorhin hatte ich auch ein Seil gemacht. Ich weiß auch nicht, was er damit irgendwie angestellt hat. Ne? Ist auch irgendwie weg. Natürlich ziemlich scheiße. Öffne... Wurde. Wurstig. So. Ich glaube aber, die Zeit ist auch jetzt reif! dass wir das, glaube ich, in der nächsten Folge machen. Oder ich baue das Shelter-Ding jetzt außerhalb der Folge auf. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Freunde!